Was geht ab? Hier ist wieder euer Netro Gamer Lianam Start Woche 7 der Herausforderung ist draußen Und in dieser Woche gab es überhaupt keine Herausforderung, die irgendwie missverständlich waren oder so Das heißt, deswegen zeige ich euch direkt jetzt den Bonus-Stern der Herausforderung Woche 7 Also ihr müsst einfach über Snobby Shores hier oben auf diesem, das ist ein Kaninchen, da müsst ihr einfach landen Und dann ist der Bonus-Stern entweder hier oder er liegt einfach hier, Freunde Ihr müsst einfach gucken, der liegt hier oben Der Typ hier hat ihn auch schon eingesammelt, wie ihr seht Also, Freunde, der liegt einfach hier auf dem Hasen Und dann, ja, Freunde, lasst dir gerne ein Like da Aktiviert auf jeden Fall die Glocke, ich werde euch bei jeder Woche helfen Lasst auch sehr gerne ein Abo da Ich würde mich sehr freuen, bis zum nächsten Video Haut rein und der kriegt keinen Kill, Freunde Ciao